Sie würden keine Milch trinken, die seit drei Wochen abgelaufen ist. Sie würden nicht eine Woche lang dieselben Socken tragen. Hoffentlich. Und die zehn Tage alten Blumen auch ganz schön müde. Es stimmt einfach. Die meisten Dinge sind frisch besser. Auch Ihre Kontaktlinsen. Für gesund aussehende, erholte Augen halten Sie sich einfach an das von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene Austauschintervall. Eine frische Linse ist eine bessere Linse. Und falls Sie denken, meine Linsen sind doch okay. Die halten bestimmt noch etwas und ich kann ein paar Euro sparen. Reden wir doch mal über Proteine. Nicht die Proteine aus Ihrer Nahrung, sondern das natürliche Protein in Ihren Tränen. Mit der Zeit lagert es sich auf Ihren Kontaktlinsen ab und erzeugt einen dünnen Schleier. Andere Bestandteile Ihrer Tränen sammeln sich dort ebenfalls. Aber verschwommenes Sehen ist nur der Anfang. Denn schließlich ändern die Proteine ihre Form. Sodass Ihr Immunsystem glaubt, es handle sich um einen Fremdkörper. Das kann zu Augenirritation, Jucken und Rötung führen. Dann kommen noch Umwelteinflüsse wie Staub und Pollen hinzu. Auch wenn Sie sie genau nach Vorschrift pflegen, werden Ihre Kontaktlinsen immer rauer und trüber. Das klingt vielleicht beunruhigend, ist aber normaler Verschleiß. Wechseln Sie einfach zeitig Ihre Linsen und es wird vermutlich nie so weit kommen. Tragen Sie sie immer weiter und Sie werden es nicht verbergen können. Man wird sich fragen, warum Ihre Augen so müde und gerötet aussehen. Ihre Augen fangen vielleicht an zu jucken und Sie sehen einfach nicht mehr so gut aus. Halten Sie sich deshalb an die Empfehlung Ihres Kontaktlinsenspezialisten. Wenn Sie Unterstützung benötigen, erinnert Sie Acuminder gerne kostenlos an die Termine. Die Sache ist es einfach wert. Frische Kontaktlinsen fühlen sich toll an. Und es ist die einfachste Methode dafür zu sorgen, dass Ihre Augen und Sie stets frisch und gesund aussehen und sich auch so fühlen. Frischer ist besser.